Wie jetzt die Profs an Ihrer Uni, an der Sie Ihren letzten Abschluss gemacht hatten. Wollen Sie nur intern zum Promovieren annehmen, jahrelang für kleines Geld angestellt und mit der Verpflichtung Ihnen auch noch die Vorlesungen abzunehmen und ein vorgegebenes Thema zu erforschen, nicht das, wofür Sie brennen? Machen Sie sich frei davon. frei-promovieren.de oder online-promovieren.de Da finden Sie Möglichkeiten und Wege, das zu erforschen, was Sie interessiert.